Ach ja, als Einzelkämpfer hat man alle Freiheiten der Welt. Man muss sich nur um sich selbst kümmern. Und alle Schätze, die man erbeutet, gehören einem ganz allein. Ich hatte völlig vergessen, wie herrlich das ist. Völlig vergessen. Und dann, wir kommen zurück zu Fallen, die direkt ist akkurat. Also, was will ich mehr? Es gibt doch überhaupt keinen Kunstjammern. Ich habe unbeschreibliche Kräfte, mit denen ich alles erreichen kann. Ja, dank mir. Du sagst es, alles kannst du erreichen, denn du birgst die größten Kräfte in dir. Ja, und ich bin aus Versehen... Also, ich habe die Quest angenommen, die Hauptquest hier. Und da auf einmal lief Adel ins Bild, dachte ich mir so, scheiße. Und ja. Gut, dann machen wir uns erst mal den Weg ins Geschäft. Mal sehen, was gibt es hier denn schon ist. Die schuldene Karte. Abziehen, Kreuzkönigin. Nichts lang machen. Oh. Oh. Oh, das ist wieder cool. So, dann haben wir hier noch gar nichts. Nichts. Ja, gut. Welche Mission habe ich hier überhaupt auf? Das muss ich mir erst mal angucken. Für die Mission. Andenken. Traum mir die nur so ein Pflanze. Aldana-Berge. Und was ist das? Kusri-Wüste. Okay, dann machen wir als erstes. Kupostrof. Dann gehen wir rüber in die Truppe. Möb-Tabino. Teile. Das ist mit Dana-Berge. Äh. Dann gehen wir die Kusri-Wüste. Äh, äh, Frau Feuer, natürlich ins, äh, äh, äh. Äh, äh, und gehen dann weiter. Denn ab heute wird ein Puff aufgenommen. Das heißt, ich nehme immer mal so eine Stunde auf. Ich finde, ich muss eine Woche mal, wenn ich, du hättest, wenn ich auf die Backen kriege. Ja. Schanzlüsse. Ich habe jetzt hier über 50. Wow. Tachigo. Ja, ähm, das ist natürlich nicht so toll. Hm. Den noch unseren Schützen und unseren, ne. Tö, ne. Den nicht, den auch nicht. Den hier. So, und los geht's. Da ist einer. Ein Schokobo. Ja, schön. Die Mannschaft erscheint, es auf den kleinen abgesehen zu haben. Schokobo braucht Hilfe. Ja. Oh, das war einfach cool. Schwäche Wind. Oh, das bricht sich doch gut. Ich habe nämlich Luftschimmer. Spastien. So, erstmal 202. Erstmal fast töten, alles klar. Das geht so. Erstmal, oder? Tögel verstummt. So ein Pech. So ein Pech. So ein Pech. So, das krie oh mein Gott. Das guckt so. Assis. Ja, warte mal. Warte mal. Flips. Und Fortnite. die schnur weg ich kann gar nicht mehr weiterlaufen mit dem ein Dann lasse ich ihn mal nicht unterkriegen, mein kleiner Chocobo. Ich werde dir schon helfen. Keine Angst. Er läuft sogar in meine Richtung. Das finde ich mal sein, halt von ihm. Sturm. Du kriegst deinen Luftschirm ab, Junge. Erstmal hier hinstellen. So, Aktion. ELEMITARMAGIE Luftschmack und Fick mich. Fick mich. Na so ein Pecherbau. So, der hat sich gesammelt. Ich glaube, da kommt mich trotzdem noch nicht dran. Oder? Warte, ich mach das mal anders. Ich komm mal sowieso noch nicht an. Eureka Kristall gesammelt und jetzt käme ich daran. Na so ein Pech. Egal. Scheiße gelaufen. Na ja. Kommt vor. So, ich hab genug. Mal mal. Blitzrahm. Das kann man machen. Das kann ich machen. So, aber gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf meinem Level momentan ist das nicht so herausfordernd, den zu retten. Ja, so ein Pech. Ach was, du willst mich stimmen schalten? Das finde ich aber nicht so schön. Das finde ich aber frech. Was? Der kann rüber springen, das finde ich nicht cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, Ichu glaube nicht. Das ist nicht so. Das ist gut. Ich weiß nicht. Ich hab auch den Kunden ohne. Ich sehe nicht. Das ist gut. Das ist gut. schauen so jetzt muss ich aber erstmal an den an mit luftschimmer und mein und ja und ihn weg klatschen der muss sowieso erst mal leiden der stippe zu 242 überlebte niemals die monstern werden damit alle erledigt ja der schule busche und unverletzt zu sein das schon war das in christlichen schoko bus ja das werden vor grüner original sein original nicht nur liebsten also die gelben bei mir das im endeffekt egal sein würden weil schokobus sind an sich einfach nur cool ja da haben wir das so zwei oder was lesen oh ja es sind zwei so eine bank holt und somit wie nur vier das wenig das sexy 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 noch unseren schützen das zittler hardy kann man leider noch nicht gebraucht und das können wir nachher rausholen ja ich darf wo kristin afte ich kann okay hier sind gleich zwei tschokobus die monster dafür muss kein hackfleisch machen nein das wäre auch nicht schön erst mal mit dem brot war in der kind stück es war weg klatschen junge so eisenwille schütze machen wir die mit ihren morgen erst mal ziehen sammeln oder gleich schon anreifen oder hinkommen oder 4 3 jo alles gleiche wenn jetzt mal den rücken erst mal ganz hinterhält ich habe so eine feige kleine potter schwarzmann feuer und wir stellen uns natürlich voll schokobus damit der nichts abkriegt vielleicht doch hier und dann blitzschuss aber ich weiß nicht was so viel gemacht hätte fraglich auch das aber nicht von dir danke auch Das finde ich jetzt nicht so cool. Komm bitte weg, Jormic, Alter. Das hätte besser laufen können. Eindeutig. Verdachtende. Erstmal hier hinstellen. Denn den können wir doch locker mit der Feuerpeitsche aus der Perfektion. Nö, können wir nicht schaffen. Das hat nicht so geklappt, dass ich mir vorgestellt habe, aber müssen wir es halt mit Feuerregeln. Das geht auch. Das geht auch. So. Das war der zweite Pudding. Wir sind eigentlich die meisten hasten, den Gegner von mir hier. Das ist... Die sind einfach nur scheiße, nervig, ja. Jedes Mal, immer mit ihrer großen Magie. Die können ja meistens Eisra oder Eisgar schon fassen. Was einem schon auf die Eier geht, weil ich Eisra immer noch nicht beherrsche. Was auch irgendwie nicht angehen kann, ey. Jetzt aber. Stirb! Das ist okay. Das ist okay. Das soll den Einheit geboten. Das soll den Einheit geboten. Oder Einheit geboten. Ja doch. Geboten haben. Dann Buchholz. Gut. Dann damit werden die zweiten Schokobos auch in Sicherheit. He he. Alle Monster niedergemacht. Brrrr. Den Schokobos scheint nichts zu fehlen. Dann lieber schnell weiter zu den anderen Schokobos. Ja, besser ist das. Der Schokobos. Der Schokobos. Der Schokobos. Die.